Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Ja, es gibt ein spannendes Video von KuchenTV, da möchte ich gerne drauf reagieren. Es geht um das Thema Volksverhetzung. Ich glaube, zu Beginn des Videos erklärt er selbst, worum es geht. Deswegen springen wir direkt rein. Moin, Freunde der... Wir sind gespannt. Jo, Freunde der Verurteilungen. Wie im Video am Mittwoch bereits angekündigt, wollte ich hier einfach mal ein Statement-Video zu meinen Verurteilungen wegen Volksverhetzung machen. bzw. die eine rechtskräftige Verurteilung von Anfang 2016 und die andere von 2017, wo wir immer noch vor Gericht gehen. Seit sieben Jahren. Ja, also, ne, das hab ich ja schon mal, oder ich weiß nicht, ob ihr das schon mal davon gehört habt, also er rollt das jetzt selber nochmal auf. An der Stelle stellt sich für mich auch immer die Frage, ähm, sollte man eigentlich, also er macht jetzt ein Statement-Video, er sagt was dazu. Und das hat ja auch immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man kann sich dazu äußern, man kann Sachen vielleicht richtig stellen, man kann mehr Hintergrundinformationen geben. Das heißt, für jemanden, der vielleicht einfach nur mal irgendwie sowas gehört hat und denkt so, hm, KuchenTV, aber da war doch irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht lieber ein bisschen Abstand nehmen oder so. Also, das heißt, den könnte er jetzt dann vielleicht ja mit Hintergrundinformationen überzeugen, wie die Sache im konkreten Fall aussieht. Dann kann man sich immer noch ein Bild machen. Auf der anderen Seite hebt man damit auch ein Thema wieder hervor, was vielleicht manche schon längst vergessen haben und auch nicht wussten. Also, gar nicht erst wussten und jetzt darüber überhaupt erst in Kenntnis gesetzt werden. Also, das ist so ein bisschen das, womit man da hantiert. Klar, man kann immer sagen, es bringt ihm am Ende Klicks. Ich glaube, das Video jetzt hier ist nach 20 Stunden schon bei über 100.000 Aufrufen. Warte mal, wie viel waren das? Also, das sind jetzt alleine schon knapp 800 Euro ungefähr. Das heißt, ja, also, aber man muss ja aufpassen. Also, man kann nicht alles mit finanziellem gegenrechnen und sagen, ja, lohnt sich, weil an einer gewissen Stelle, glaube ich, geht es dann auch darum, wie ist der eigene Ruf? Wie möchte man gesehen werden? Ich weiß nicht, ob nur der Kontostand am Ende darüber entscheidet, ob einem das komplett egal ist. Also, wenn die ganze Welt einen missversteht, ist bestimmt auch kein schönes Gefühl. So, wir gucken mal weiter. Denn vor allem auf Twitter und in der Community einer sehr selbstsüchtigen Influencerin ist das so der Vorwurf, der am meisten benutzt wird, um gegen mich zu framen. Der böse Kuchen-TV, der wegen Volkswetzung verurteilt wurde, das ist zwar schon... Ja, genau das ist das, was ich meine. Also, wer es nutzen möchte als Framing, der wird das dann auch tun. Und wir kennen das mittlerweile dann in dem Moment, wo das eben einmal so ein Gericht bestätigt hat, ist das sozusagen ein Zeichen in deiner Akte und den wirst du eigentlich nicht mehr los. Das heißt, auch wenn sowas jetzt acht Jahre, zehn Jahre her ist oder eigentlich sagt man ja dann auch, wenn man Strafen verbüßt hat, heißt das so, dann müsste das Konto ja eigentlich wieder auf Null sein. Und das ist es gerichtlich gesehen schon, aber gesellschaftlich, moralisch und so weiter, da sind die Menschen natürlich anders drauf. Deswegen finde ich auch mal spannend, also das Gericht hat damals so entschieden, ich hatte mir den Fall auch angeguckt und das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung, den konkreten Fall, vielleicht sagt er noch was dazu. Also, ich habe es nicht, ich hätte es nicht gemacht als Richter, weil ich frage mich dann immer, diese Gesetze, sowas wie Volksverhetzung oder so, wofür gibt es die? Meiner Meinung nach ist das ja ein Vehikel, eine Maßnahme, um eben wirklich jemandem Volksverhetzung, ja, also den verurteilst du deswegen, um wirklich klar zu machen, hey, das ist das, was dahinter steckt, das ist dieser Mensch. Und ich finde bei KuchenTV, man kann vieles zu ihm sagen, auch früher jetzt, aus früheren Zeiten, man kann sagen Edgelord, man kann sagen Provokateur, man kann sagen, weiß ich nicht, vielleicht meines Wegen auch, man könnte sagen so gemein, arschig, ja, aber das, was ich mit, weiß ich nicht, Volksverhetzung in Verbindung bringe, dass da irgendwo auch eine, eine menschenfeindliche Ideologie dahinter stecken muss, das sehe ich hier bei ihm nicht. Und dann frage ich mich immer, ist so eine Verurteilung nicht dann irgendwie ein bisschen schief gelaufen? Tja, aber was weiß ich schon. Neun Jahre her, aber das spiegelt jetzt seine gesamte Persönlichkeit für immer wieder, auch wenn er sich dafür entschuldigt hat, das nicht mehr macht, es ist uns egal. Wie lange ich mir den Vorwurf wohl noch anhören muss? Ja, ewig. Genau, ja, das ist halt das Problem so ein bisschen, das habe ich schon ganz häufig gesehen, man nutzt auch so richterliche Urteile oder Urteile von Gerichten, die sind so, ich merke das dann immer wieder, die Menschen, das ist für die so ein ganz krasses, weiß ich nicht, ja, wie sagt man das? Also, wenn ein Gericht das bestätigt hat, dann ist das so. Also, dass am Ende da auch nur ein Mensch sitzt und dass die zu irgendeinem Ergebnis kommen, dem man auch nicht zustimmen muss, das sehen dann viele nicht, sondern das ist dann so, ah, ein Richter hat gesprochen, also endlich wissen wir Bescheid. Also, ich habe dazu auch mal einen ganz guten Spruch gehört, ein Gericht oder ein Richter spricht ja kein Recht in dem Sinne, sondern er fällt im Grunde ein Urteil. Er macht den Deckel drauf und sagt, so, die Sache ist jetzt gegessen, wir haben uns zwar entschieden, Daumen hoch oder Daumen runter sozusagen, aber das hat nichts zwingend damit zu tun, ob das Ganze, sonst gäbe es ja auch, also es gibt ja auch Fehlurteile. Wer das anzweifelt, hat, glaube ich, eine sehr naive Vorstellung vom Rechtssystem. Auch ewig! Auch ewig! Dieses Video hat vor allem zwei Gründe. Erstmal möchte ich mal ein paar Leute abholen, die das halt immer wieder lesen, aber sich jetzt nicht so tief mit meinen Videos auseinandergesetzt haben und die ganze Sache auch nicht mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Werbepartner, damit die mitbekommen, Ach so, ja, das ist also nur dummes Framing von Leuten, die dich nicht mögen, ja, alles klar. Aber fang... Ja, das ist genau das, was ich zu Beginn gesagt habe. Das ist so dieser Bereich, wo sich das Ganze jetzt auffällt. Man muss sich dann entscheiden, rolle ich dieses Ding nochmal auf, bring damit eventuell auch, jetzt müssen wir uns vorstellen, vielleicht gab es schon jetzt neue potenzielle Werbepartner oder Leute, die ihn geguckt haben, die bisher gar nichts davon wussten. Aber ich glaube, dass das vielleicht in letzter Zeit bei ihm dann doch überwiegt hat, dass er gesagt hat, okay, ich glaube, ich gehe dann nochmal in den Frontal, in den Angriffsmodus, ich bringe es nochmal aufs Tablett, dann kann ich nämlich auch so ein bisschen bestimmen, in welche Richtung das ausgelegt wird. Fangen wir mit der Verurteilung aus dem Jahre 2016 an. Ich werde, by the way, die Fälle immer aus zwei Perspektiven beleuchten. Einmal aus der moralischen Perspektive und dann einmal noch aus der strafrechtlichen. Aber was ist überhaupt damals passiert? Ich war früher ein kleiner, edgy YouTuber, der sich mega gefreut hat, wenn Juliens Blog wieder ein neues Video hochgeladen hat, wo er heftige Witze gedroppt hat und ich mir dann so dachte, boah, heftig, was traut der sich denn zu sagen? Zu der Zeit war ich halt irgendwie so 19 oder 20, war halt noch überhaupt nicht reif, sah ungefähr so hier aus und dachte mir so, also wenn ich bei Tinder angebe, dass ich jetzt hier werden will, dann werden die Frauen mich lieben, denn das heißt, dass ich gut mit Kindern kann und das ist das Wichtigste für 19-jährige Frauen. Ja, bis auf jede Abwandlung von einer Curve Maria hat das allerdings nicht so viel gebracht. Humortechnisch war ich damals halt genauso reif oder halt auch nicht reif, besser gesagt. Wie weit sich, dass es eventuell auch Themen gibt, über die man vielleicht lieber keine Witze machen sollte oder diese Witze dann wirklich sehr gut gesetzt sein müssen, hatte ich damals einfach nicht. Schwarzer Humor war im Grunde für mich, ha, Aids, lol, tot, höhö, külps, im Ende... So, weißt du, also ich muss dir mal sagen, ich finde das nach wie vor völlig legitim. Ich finde auch sowas witzig. Ich glaube, auch im Kern hat sich das bei ihm nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass, glaube ich, man verstanden hat, dass man eben als Mensch mit einer gewissen Reichweite den Joke nicht mehr in seinem Safe Space macht. Aber, also, dass das eben dann andere Konsequenzen haben kann. Aber ich glaube, wenn man genau weiß, wie die Umgebung, die fünf Jungs oder Mädels, die da gerade im Raum sind, dass die alle irgendwie sich gegenseitig einschätzen können, dann ist das nach wie vor witzig. Natürlich. Auch der derbste und brutalste Humor ist einfach witzig. Aber ich kann auch verstehen, dass das eben nicht jetzt geeignet ist, um, also, ne, ab einer bestimmten Reichweite kommt natürlich sowas wie Reichweitenverantwortung. Das ist klar. Im Endeffekt hat mir vor allem eins gefehlt. Shoyoka, wie heißt das nochmal? Was ist die Pointe? Und ich finde es halt so krass, wie man sich dann auf der einen Seite hinsetzt und einen Luke Moggridge kritisiert. Ganz kurz zu diesem, was ist die Pointe? Man muss immer vorsichtig sein über, ja, sprachliche Fehler oder Aussprachefehler. Ich habe jetzt eben zum Beispiel, habe ich im Chat gesagt, ne, ich habe was gesagt und der Chat hier sehe ich gerade, hat mich korrigiert. Sagt man überwiegt oder sagt man überwogen? Ich habe, glaube, überwiegt gesagt und es könnte sein, dass überwogen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt könnte man sagen, ach, bist du dumm? Ja, sprachlich bin ich sicherlich nicht der Begnadetste. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, war das richtig? Wie auch immer. Also, ne, wenn jemand dann irgendwie Pointe sagt und meinte eigentlich Pointe, ähm, ja, muss man immer vorsichtig sein. Ich kann verstehen, wenn man sehr viele Sachen falsch ausspricht, dann wirkt das immer so ein bisschen etwas, worüber man sich nicht lustig machen kann. Wäre da aber vorsichtig. Also, das kann jedem passieren. Und auch da, ich hatte es beim letzten Stream mit Alicia noch gesagt, also, selbst wenn wir daraus irgendwie ableiten wollen würden, dass jemand ungebildet oder dumm ist, sich über mangelnde Bildung und dumm halt lustig machen oder so, ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ich meine, klar, das sind die ganzen Formate auf RTL 2, die basieren alle darauf, dass wir irgendwie Menschen sehen und, ähm, der Meinung sind, ha, 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 die sind so doof. Und dann können wir uns ein bisschen aufwerten. Auch hier würde ich wieder sagen, mach's in deinem Wohnzimmer mit deinen drei Kumpels, dann ist das okay. Aber sobald das nochmal irgendwie ungefiltert an andere Menschen da rausgeht, dann würde ich das einlassen. Und halt sagt, boah, das geht gar nicht, wo ist die Pointe, das geht nicht. Für mich war schwarzer Humor damals vor allem dafür da, um zu zeigen, guck mal, was ich mich traue hier zu posten. Ganz schön heftig, oder? Ja, und deswegen habe ich 2015 folgenden Witz bei Twitter gepostet. Bevor wir uns das angucken, ähm, ich glaube auch da, da steckt so ein bisschen so was Kindliches hinter. Also ich glaube, jeder, der mal irgendwie mit Kindern, ähm, der Kinder erlebt hat, weiß, dass sie eben Grenzen austesten, ähm, ne, das ist da ganz häufig auch so dieses, ich sage irgendwelche Wörter, wo ich weiß, dass die Erwachsenen sich aufregen und so weiter. Und ich glaube, das ist dann einfach, äh, bei einem 19-, 20-jährigen Kuchen-TV, einfach immer noch der Fall gewesen. Ähm, ja, also, äh, auch da bin ich der Meinung, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, im Bekanntenkreis, dass sich Eltern darüber aufregen, wenn irgendwie das Kind, äh, scheiße sagt, oder hihihi, scheide, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe überhaupt, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man sich dann da so echauffiert. Weil eigentlich, das ist ja genau die, die, die Reaktion, die ein Kind dann, ja, auslösen möchte. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Betrachtung. Ja, wenn man gar keine Grenzen setzt, dann, dann wird die Amplitude auch immer höher. Und, ja, es ist ein, es ist eine Gradwanderung. Das muss am Ende wahrscheinlich jeder selber entscheiden, wo man da einschreitet und wo nicht. Was ist der Unterschied zwischen Pfadfindern und Juden? Und ja, weiter werde ich diesen Witz nicht vorlesen, denn... Äh, ja gut, jetzt kann ich dazu gar nichts sagen, weil ich kenne ihn... Ja, ist komplett... Moment, was? Was ist der Unterschied zwischen Juden und Pfadfindern? Okay, weiter... Na gut, jetzt ist es natürlich wieder problematisch, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, wie der Witz weitergeht. Pfadfindern und Juden. Und ja, weiter werde ich diesen Witz nicht vorlesen, denn er ist komplett grenzüberschreitend. Er geht überhaupt nicht. Und ich möchte das hier auch nicht nochmal reproduzieren. Ich kann das verstehen. Und ich würde das an seiner Stelle auch wirklich... Das ist so ein bisschen dieses Dilemma, ne? Jetzt, er sollte es auch nicht reproduzieren, weil es könnte sein, dass selbst wenn er es erklärend jetzt zeigt, dass man ihn dann wieder damit konfrontieren wird, dass es wieder aufgerollt wird. Und das ist jetzt echt so wieder dieses geistige Dilemma für mich, auch mit den ganzen NMNSL-Wörtern oder N-Wörtern, irgendwelche Wörter. Ich weiß nicht, was da steht. Ich kann es mir gerade auch nicht zusammenreimen. Und jetzt sitzen wir hier und müssen eigentlich etwas beurteilen. Wir müssen jetzt einfach glauben, dass das was ganz Schlimmes ist. Okay? Gut. Okay. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen unbefriedigend, ne? So als erwachsener Mensch. Kommen wir deswegen einfach mal direkt zur moralischen Einordnung. Der Witz ist einfach komplett drüber. Die Pointe ist im Endeffekt ja einfach nur zu sagen, ha, da sind ganz viele Leute gestorben. Und, naja, das beim schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu machen, wo Millionen unschuldige Menschen systematisch ermordet worden sind, muss jetzt nicht sein, um ehrlich zu sein. Ich hatte damals mit 19 Jahren einfach noch nicht die Weitsicht, um halt überhaupt zu verstehen, dass man solche Themen vielleicht nicht so plump in irgendwelche übertriebenen dummen Witze mit reinpacken sollte. Dass ich das gepostet habe, das bereue ich auf jeden Fall. Ich distanziere mich davon und ich habe seitdem auch nichts Ähnliches mehr hochgeladen. Zumindest meines Wissens nach nicht. Mal gucken, was Kuchenfalls in Zukunft noch so finden wird. Wie gesagt, den Witz hatte ich Ende 2015 bei Twitter gepostet und Anfang 2016 habe ich dann halt den Strafbefehl bekommen. Und deswegen kommen wir jetzt auch mal zur strafrechtlichen Einordnung. Es war nämlich tatsächlich so, als ich damals den Brief bekommen habe, dass ich eine Aussage bei der Polizei machen soll, da wurde mir nicht nur Volkswitzung vorgeworfen, sondern tatsächlich auch Unterstützung terroristischer Organisationen. Weil ich damals in den Kinderbuch-Reviews, die ich hochgeladen habe, auch einige IS-Jokes drin hatte. Und ja, auch die waren teilweise wirklich drüber. Auch davon distanziere ich mich. Und da kommen wir jetzt in so einen Bereich, da bin ich ein bisschen ratlos. Also, ich weiß nicht, wenn man jetzt, für mich wird hier das Recht letztlich ein bisschen ausgenutzt. Dafür sind diese Gesetze doch nicht da, um irgendwie einen 19-jährigen Troll zu verurteilen oder anzuklagen. Oder ich finde auch, also selbst wenn man jetzt sagt, ja, man will ihm dann irgendwie einen Denkzettel verpassen. Ja, aber das ist dann das falsche Mittel. Also, du benutzt etwas, um dann einfach einen Denkzettel zu verpassen, um irgendwie vielleicht mal so einen Dämpfer klarzumachen. Aber dafür gibt es diese Gesetze nicht. Das ist nicht der Sinn dahinter. Also, man nutzt das aus. Und da frage ich mich dann, ob das Gesetz nicht vielleicht ein bisschen, also, wenn das funktioniert, wenn man das so falsch anwenden kann, dann ist das Gesetz vielleicht falsch formuliert. Ich kenne mich mit Jura-Fragen nicht ganz genau so aus. Also, das ist ja so ein bisschen so wie jetzt das Selbstbestimmungsgesetz. Also, dann, wenn jetzt, ich hatte dann ja mal gesagt, ja gut, dann kann ja im Prinzip, das kann ja jeder nutzen. Jeder kann das Selbstbestimmungsgesetz für sich nutzen. Und dann wurde mir vorgeworfen, so, ja, dann nutzt du das Gesetz ja aus. So, aber wenn das geht, dann ist ja irgendwo anders ein Fehler. Ja, also, wenn man, wenn man ein Gesetz jetzt wie bei ihm, jetzt gehen wir da weg von dem, gehen wir zur Volksverhetzung und so weiter, wenn man das dann ausnutzen kann, um irgendwie einen 19-jährigen Troll, weil offensichtlich ist er kein Unterstützer des IS. Ich hoffe, das ist jedem klar. Und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist er auch kein, keiner von allen des Netzwerks eines rechtsextremen Netzwerks. Also, das ist dann irgendwo so, ich verstehe ja, dass man sagt, hey, wir wollen sowas nicht gepostet haben, das verstehe ich alles. Aber wie geht das weiter? Wie kann das sein, dass dann ein Staatsanwalt, Richter und so weiter, das einfach ignorieren, was da wirklich vorliegt? Das ist dann schon ein bisschen, das macht mich ein bisschen ratlos. Sowas mache ich einfach nicht mehr. Ich habe natürlich klugerweise keinen Anwalt eingeschaltet, sondern bin selber zur Polizei gelaufen und habe denen zu beiden Fällen gesagt, hey, das sind halt Jokes, jetzt chillt doch einfach mal. Und ja, das eine wurde fallen gelassen und für das andere wurde ich dann verurteilt. Und ich kann das natürlich falsch sehen, aber für mich hat das damals schon so gewirkt wie, hm, naja gut, dieser 19-jährige edgy Deutsche, der will jetzt bestimmt keine terroristischen Organisationen unterstützen, aber Volksverhetzung, ja komm, das geht schon. Und ich stehe auch immer noch hinter folgender Aussage, die ich in einem Stream gedroppt habe. Stimmt, ich bin überhaupt nicht einsichtig. Ich wurde 2016 einmal verurteilt, weil die Richterin das Wort Kunstfreiheit noch nie gehört hat. Ich habe moralisch einfach komplett daneben gegriffen. Das geht gar nicht, dass ich das gepostet habe. Ich distanziere mich davon und mache sowas auch nicht mehr. Ich finde aber trotzdem nicht, dass der Strafbefehl dafür angemessen gewesen ist. Da muss ich ihm absolut zustimmen. Für mich ist das Ausnutzung, oder was heißt Ausnutzung, dass das überhaupt durchgeht. Das verwirrt mich, wirklich, das verwirrt mich. Also da muss ja ein Staatsanwalt, der muss das gesehen haben, der hat gedacht, ja, das kriege ich durch. Und dann muss das vor Gericht gelandet sein. Und dann muss ein Richter entschieden haben, ja, Volksverhetzung, das machen wir mal. So, und dann muss ich doch mal nachfragen, also, ähm, was ist denn das für ein Richter gewesen? Und was ist denn das für ein Staatsanwalt? Das ist ja schon ein bisschen... Hä? Für mich wäre es hier der ausschlaggebende Punkt gewesen, wie der Name ja schon sagt, dass mein Ziel es gewesen wäre, gegen ein Volk zu hetzen. Wenn mein Twitter-Profil jetzt aus irgendwelchen ausländerfeindlichen Memes bestehen würde, ich die ganze Zeit gegen Religion oder andere Dinge hetzen würde, dann würde ich auch sagen, hey, safe, auf jeden Fall kann man so auffassen. Zumal man muss ja wirklich mal bedenken, also die Frage ist doch, die geklärt werden müsste vor Gericht, ähm, vertritt er hier eine verfassungsfeindliche, äh, extremistische Ideologie. Das wäre zum Beispiel, äh, er wäre ein Neonazi oder er wäre ein radikaler Islamist oder er wäre ein Linksextremist. Also, das kann man ja prüfen, das findet man relativ schnell heraus. Guckt man sich einfach ein bisschen Content an und dann würde man mit ein bisschen klarem Menschenverstand, würde man erkennen, Okay, warte mal, so ist eigentlich jemand, der so ideologisch agiert und, äh, wirklich gefressen hat, so die, die, keine Ahnung, ähm, nationalsozialistische Ideologie und die will er verbreiten und er glaubt da dran. Und das ist einer, der ist 19 Jahre alt und macht irgendwie einen dummen Joke und hat irgendwie die Tragweise nicht verstanden und so weiter und so fort. Okay, das Gesetz ist eigentlich gedacht, um die in Schach zu halten, aber wir wenden das einfach mal an, um dem eins reinzudrücken. Also, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Aber daraus bestand mein Twitter-Profil einfach nicht. Und im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt halt noch eine Kunstfreiheit in Deutschland und da sollten auch solche sehr miesen und übertriebenen Jokes mit gedeckt sein. Ich hab das ehrlicherweise damals auch einfach gezahlt, weil ich halt weder rechtlich mich auch nur minimal auskannte mit meinen 19 Jahren, noch hatte ich das Geld, um dagegen vorzugehen, weil ich hatte gerade Schulden bei Sixt, weil Manuel und Wohli nach dem Einkaufen dachten, boah, Digga, lass mal, lass mal den Einkaufswagen in den Mietwagen so hier einfüllen. Wie ist denn das rein? Nicht, du machst den Kratzer rein. Ja, vielleicht war die Strafe doch richtig. Nee, also, ich lese auch hier parallel, versuche ich gerade noch ein bisschen Chat zu verfolgen. Und Oberboomer schreibt zum Beispiel so, der Straftatbestand ist erfüllt. Dem Richter bleibt keine andere Wahl, als zu verurteilen. Er hat da leider keinen Handlungsspielraum. Und das kann sein, dass eventuell, wenn Fälle schon so weit fortgeschritten sind oder der Richter da sitzt und der sagt, das ist das Gesetz, das hast du gemacht, ich habe keine andere Wahl. Das kann sein. Dann würde ich sagen, dann ist das Gesetz falsch. Weil es ja offensichtlich ausgenutzt werden kann, um, oder was heißt ausgenutzt, ja. Es kann den Falschen treffen. Es kann das, also es kann etwas passieren, was nicht der ursprüngliche Sinn dahinter war. So, und jetzt kommen wir nochmal, dasselbe kannst du im Übrigen beim Selbstbestimmungsgesetz einfach so aus, also das ist ja genau das Problem. Es kann offensichtlich von jedem genutzt werden. Und es kann so gesehen ja auch ausgenutzt werden. So, und dann muss ich doch sagen, okay, dann ist das Gesetz an sich irgendwie fehlerhaft. Das kann es nicht sein. Aber, wie gesagt, ich bin kein juristischer Profi. Kein Jurist. Das ist mein Bauchgefühl gerade, ne? Also hier ganz viel Bauchgefühl. Danke für den Kratzer. Wie gesagt, ich sehe trotzdem ein, dass es eine klare Grenzüberschreitung gewesen ist. So was sollte man nicht posten. Und ja, das war halt 2015. Das ist fast zehn Jahre her. Ja, was soll ich machen? Der zweite Fall ist aus dem Jahre 2017. Damals hatte eine Schülerin aus Dresden nämlich einige Personen aus ihrer Klasse angezeigt, weil die in ihrer WhatsApp-Klassengruppe Hitler-Witze gemacht haben, Witze über Juden und den Haargruß gezeigt haben und all solche Sachen, weil die das halt einfach lustig gefunden haben. Und nein, es ist logischerweise nicht lustig, so was zu machen. Ich hatte damals einen Witz zitiert, der wohl in dieser Klassengruppe gepostet wurde. Und zwar waren da halt rauchende Schornsteine mit einer gewissen Unterschrift, die ich hier auch nicht nochmal reproduzieren möchte. Damals habe ich zu diesem Witz dann gesagt, hm, der ist gar nicht mal so schlecht. Und nur für dieses, hm, der ist gar nicht mal so schlecht, habe ich wieder einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung bekommen und sollte am Anfang 5100 Euro dafür zahlen. Und das, der Fall, den finde ich ehrlich gesagt ja noch bescheuerter. Also, ja, wir kennen wahrscheinlich alle noch die Polizisten-Chat-Gruppe, da waren ja auch, die wurde ja da geleakt und so. Und da sind ganz viele grenzwertige, geschmacklose bis hin zu wirklich, was wirklich kein Joke mehr ist. Also das war ja von bis. So, und man kann jetzt wieder darüber streiten, so, ähm, das ist aber eine moralische Frage, so, ist das witzig, kann das witzig sein und so. Und ich bin auch nach wie vor, ist mir klar, das kann jeder unterschiedlich sehen. Das hängt ja auch davon ab, in welcher Verfassung ist man selbst. Wie ist man in dem Fall von dieser Thematik betroffen oder nicht? Was für ein Setting steht da? Alles, alles kann man diskutieren. Aber in dem Fall jetzt, also, er hatte dann einen Joke gesehen und den kommentiert er, also man hat diesen Schornstein gesehen. Und ich vermute mal, äh, dass der Witz letztlich so war, dass, äh, dass da drunter wahrscheinlich irgendwas stand mit, keine Ahnung, also, ne, viele Juden wurden ja in KZs, äh, vergast und anschließend verbrannt. Das heißt, da ist wahrscheinlich Qualm aufgestiegen und irgendwas mit Juden, weiß ich nicht, in dem Zusammenhang. Und dann hat er wahrscheinlich, äh, hat er eben kommentiert, der Witz ist gar nicht mal so schlecht. Das kann man auch jetzt moralisch wieder ganz, ganz pfui finden, ja. Wieso muss man das sagen? Aber daraus dann wieder abzuleiten, Volksverhetzung, das finde ich, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also irgendwas, irgendwas in meinem, von meinem laienhaften, bauchigen Rechtsverständnis ist, das stimmt irgendwas nicht. Dafür ist das nicht gedacht. Das Verfahren läuft, by the way, bis heute. Und wir gehen jetzt auch noch zum Bundes... Dankeschön für das, äh, für das Abo. Verfassungsgericht, also mal gucken, ob das irgendwann mal endet. Moment, wir gehen noch, wie hoch geht das jetzt schon, das Ding? Bis heute. Und wir gehen jetzt auch noch zum Bundesverfassungsgericht, also mal gucken, ob das irgendwann mal endet. Und... Ja, und da muss man sagen, ähm, ich bin ein Stück weit froh, dass das Kuchen mittlerweile über, über die finanziellen Mittel verfügt. Ähm, das Spiel auch so weit zu treiben. Weil, also, muss man ja auch sagen, also hätte er die finanziellen Mittel nicht, ähm, du hättest wahrscheinlich viel früher die, die Pille geschluckt, hättest halt irgendwie gezahlt und, äh, hättest halt gesagt, ja, dann ist das halt so, ich kann mich nicht wehren. Ähm, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, und vielleicht passiert da ja mal irgendwas, also das, das scheint mir irgendwie fragwürdig zu sein, wie hier Recht ausgelegt wird. Ja, auch hier sehe ich in der moralischen Instanz ein absolutes Fehlverhalten von mir. Denn diesen Joke, wenn man den überhaupt so nennen möchte, den kann man nicht so plump mit einem Nebensatz einfach einordnen, der ja tatsächlich nicht mal negativ ist. Ich hab jetzt nicht gesagt, dass der gut ist, ich hab den aber auch nicht wirklich kritisiert, das muss man fairerweise dazu sagen. Hier hätte ich klare Kante zeigen müssen und sagen, ey, solche Witze gehen halt einfach nicht fit. Denn wie auch schon bei meinem ersten Fall, als ich selber sowas gepostet habe, geht es hier immer noch um die systematische Ermordung von Millionen unschuldigen Menschen. Ich sehe hier ganz klar ein, dass ich mit meiner Äußerung dieses Problem und diese ganze Dynamik dahinter halt einfach nicht ernst genommen habe. Und sowas einfach immer als Witz abzutun, ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht das Richtige. Also hier schon ein klares Fehlverhalten von mir. Aber man muss fairerweise dazu sagen, auch das ist halt schon sieben Jahre her und seitdem habe ich sowas nicht mal mehr im Ansatz irgendwie gepostet oder gesagt oder reproduziert. Dennoch bin ich auch hier immer noch der Meinung, dass es halt strafrechtlich gesehen einfach keine Volksverhetzung ist. Denn ich wurde ja nicht mal dafür kritisiert, dass ich das Bild gezeigt habe, was man wahrscheinlich sogar hätte verstehen können, sondern wirklich nur für diesen Satz, der ist gar nicht mal so schlecht. Und der Satz sagt ja schon aus, dass das einfach nur meine Meinung ist. Auch wenn die Meinung absoluter Bullshit ist, finde ich hier deswegen mich für Volksverhetzung anzuklagen, wirklich sehr übertrieben. So und jetzt nennt mich gerne, ich weiß nicht, wie man mich nennen könnte, was ich jetzt sage, aber ich habe wirklich, also ich kriege da sehr stark das Gefühl, dass man hier eben versucht, so einen Dämpfer zu verpassen. Also irgendwie, weil man das, was er tut, weil einem das nicht gefällt und man sagt, man guckt dann hin, oh, der hat echt viel Reichweite, der erreicht viele Leute und das kommt mir alles ganz, ganz, ganz falsch vor. Wie gesagt, ich bin super gespannt, wie das Ergebnis am Ende ausfällt, aber dass das überhaupt schon so weit kommt, wirkt für mich ganz, hat einen ganz, ganz üblen Beigeschmack. Auch hier gehe ich immer noch gegen vor. Und auch hier muss man sagen, das habe ich schon in einem alten Video gesagt, dass der Staatsanwalt hier wirklich die höchstmögliche Strafe für mich haben wollte oder auch immer noch möchte. Und da muss ich auch sagen, also da fällt es einem auch schwer zu glauben, dass der Staatsanwalt nicht, also dass der einfach nur so sagt, oh, hier muss ich, also ein Staatsanwalt, das ist ein Anwalt, der für den Staat agiert. So, der will ja, der soll ja irgendwie, keine Ahnung, ja, dafür sorgen, dass es irgendwie gerechter auf der Welt zugeht und so weiter. Und der denkt sich jetzt, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fall. Wir haben hier das Problem der Volksverhetzung. Dankeschön im zweiten Monat. Und da muss ich jetzt aktiv werden. Was? Das glaube ich nicht. Also, man kann es nicht beweisen, aber meine Aussage ist, da hat doch einer ein Problem mit Kuchen. Das ist ein privates Ding. Das ist, sorry, also ich lehme mich mal hier ganz weit aus dem Fenster, aber das ist wahrscheinlich mittlerweile schon so richtig persönlich motiviert. Dem will ich es zeigen. So wirkt es einfach. Und ich keine Möglichkeit habe, irgendwie eine Einigung zu finden. Bei vielen Fällen ist es beispielsweise so, dass man einfach eine Absprache mit dem Staatsanwalt und mit dem Richter oder der Richterin macht. Und ich hätte mich zum Beispiel darauf eingelassen zu sagen, ey, ich spende 10.000 oder von mir aus 15.000 Euro an eine jüdische Einrichtung, um da irgendwie Aufklärungsarbeit zu unterstützen. Dafür ist das Ding eingestellt. In der Berufung wollte der Staatsanwalt einfach dafür eine Bewährungsstrafe für mich. Eine Bewährungsstrafe... Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Und das meine ich. Das ist ja, wenn du, wenn er schon sagt, also ey, guck mal hier auch wieder, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, pass auf. Wir versuchen die Strafe ja auch irgendwie so zu machen, dass sie irgendwie der Allgemeinheit was bringt. Er soll ja auch einen Lernprozess daraus ziehen. Also er soll ja im besten Fall, geht es ja nicht nur darum, einfach Strafen auszusprechen. Ja, also im besten Fall. Im besten Fall soll doch, würde ich mal behaupten, ein Lernprozess stattfinden. Ja, dann geht man da durch und dann kommt er zur Erkenntnis, okay, ist scheiße. Und dann sagt er vielleicht noch irgendwie, ja, ich könnte ja das Thema nochmal aufgreifen oder ich spende was oder so. Das würde ja viel mehr Menschen bringen, als jetzt einfach zu sagen, ne, ne. Ne, den müssen wir jetzt mal so ein bisschen so, ja, das muss dem richtig wehtun. So, der muss jetzt verurteilt werden, der braucht ne, weiß ich nicht, Bewährungsstrafe. Also das sind so Sachen, ich frage, da, da, worum geht es hier überhaupt noch? Dafür. Und jetzt guckt euch 500 andere Urteile in Deutschland so an, wo es das nicht gegeben hat und dann sagt mir, dass das auch nur in irgendeiner Art und Weise fair gewesen wäre. Momentan sind wir hier immer noch bei 100 Tagessätzen. Wie gesagt, dafür, dass ich zu diesem übertriebenen, ekelhaften Witz gesagt habe, der ist gar nicht mal so schlecht. Ich wäre halt einfach vorbestraft, weil es mehr als 90 Tagessätze sind. Ist das in irgendeiner Art und Weise fair? Und ja, ich hatte natürlich dadurch, dass ich den Strafbefehl angenommen habe, schon mal eine Verurteilung und die Strafe muss auch höher werden. Das ist auch absolut richtig, wenn man quasi dann Wiederholungstäter ist, wenn man das hier so nennen möchte. Aber 100 Tagessätze dafür, bro, chill mal ein bisschen. Jetzt tut mir leid, ich muss sie mir einfach hier zwischen. Das ist absurd. Und ich muss auch wirklich sagen, auch hier wieder, wenn wir uns überlegen, wofür gibt es das alles? Und wir wollen irgendwie eine Gesellschaft, die aufeinander zugeht und dass wir Sachen auch verstehen. Also selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss ich ja demjenigen, der einen Fehler gemacht hat, auch die Chance geben, das einzusehen, das zu verstehen. Und wann schaffe ich das denn? Indem ich ihm natürlich auch ein bisschen entgegenkomme. Wir haben verstanden, das war mit der Reichweite. Das war scheiße, das zu posten. Hat er verstanden? Alles cool. Aber in dem Moment, wo man immer weiter übertreibt, noch mehr fordert, dann löst das irgendwann bei Menschen Skepsis aus. Und dann kommt so eine Ablehnung dazu und dann geht das in eine ganz andere Richtung. Und dann ist eigentlich der Lerneffekt total für den Arsch. Dann hast du nämlich nicht begriffen. Also auch alle, die zugucken und auch er selbst, wird wahrscheinlich dann irgendwann merken, okay, das ist einfach unfair, was hier passiert. Und das ist eigentlich ein Gefühl, was du in deinem Rechtsstaat ja nicht auslösen möchtest. Manchmal bin ich echt irritiert. Da bin ich schon so ein Fan vom Rechtsstaat und denke dann so irgendwie, okay, lass mal alle mit ein bisschen Verstand und Ruhe, alle mal tief durchatmen. Und dann überlegen wir uns, hey, wie machen wir das Beste draus? Nee, das wird so ein Privatkrieg-Ding. So ist es, so fühlt sich das an. Und dann, ich weiß nicht, es ist keine gute Werbung für den Rechtsstaat, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, auch davon distanziere ich mich. Auch das Video ist seit sieben Jahren nicht mehr online. Ich habe das dann noch relativ schnell auf privat gestellt. Und ich werde sowas in Zukunft halt auch nicht mehr machen. Beziehungsweise habe ich ja auch nicht mehr gemacht. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Natürlich ist es moralisch gesehen absolut fragwürdig, was ich damals gepostet habe. Hier sollte man aber meiner Meinung nach trotzdem nicht vergessen, dass das seit 2015 und 2017 gewesen ist. Also das liegt teilweise fast zehn Jahre in der Vergangenheit. Und wenn man sich meine Videos von heute so anguckt und auch die Jokes, die ich mache, dann sieht man ja eindeutig, dass ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Ich habe mich für die Seenotrettung eingesetzt. Ich kritisiere heute einen Gottschalk. Ich habe Videos gegen die AfD gemacht. Und ich verteidige auch Transpersonen. Ich habe in einem Video auch Israel verteidigt. Ich war damals halt einfach in meiner edgy-schwarzen Humorphase. Wo ich die Passage ein bisschen strange finde, muss ich sagen. Ich verstehe, warum er das sagt. Einfach um zu zeigen, die Bandbreite seiner Inhalte. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das natürlich nicht in so einer, ich weiß nicht, wie nennt es das, Ablasshandel? Ist das das? Also dass man so sagt, ja, aber guck mal, ich habe doch das gemacht. Weil ich das gemacht habe, dann, ne, also das eine entschädigt ja nicht das andere. Ich würde das eher wohlwollend interpretiert, würde ich eben sagen, einfach nur zu zeigen, ey, guck mal, ich bin nicht mehr derselbe Typ von damals. Ich habe es doch begriffen. Alles, was jetzt noch kommt, finde ich auch, also dass man da von Bewährungsstrafe geht und so weiter, ähm, das ist too much. Aber wie gesagt, also, selbst wenn er weiter edgy Inhalte macht, äh, ich, also, finde das, ich brauche gar nicht die, die besseren Inhalte, die, die moralisch tolleren Inhalte, um das von damals irgendwie zu rechtfertigen oder das auf, oder das zu verbessern. Das brauche ich gar nicht, sondern, ich kann das unabhängig davon eigentlich beurteilen. Aber wie gesagt, ich verstehe, warum er das hier anführt. Das soll keine Entschuldigung sein, weil dem Mist habe ich ja trotzdem gepostet und dazu muss ich halt auch stehen. Aber trotzdem kann man ja sehen, dass ich mich als Mensch einfach weiterentwickelt habe und heute auch diese Weitsicht besitze, dass ich nicht bei allem, was grenzüberschreitend ist, einfach schwarzen Humor rufe, so wie das früher mal gewesen ist. Oder, um es in den Worten von Filmord zu sagen, Menschen können sich ändern, lieber Parnassus. Leute nach der Vergangenheit zu beurteilen, muss nicht unbedingt zur Wahrheit führen. Mein Ziel war es nie, gegen irgend... Das ist ziemlich clever, ehrlich gesagt. Das ist ein super Take, eine super Aussage. Und das ist auch etwas, was mir mittlerweile immer, immer, immer mehr aufstößt. Viele auch der YouTube-Einordnungsvideos, wo dann irgendwie Clips von vor 10 Jahren rausgezogen werden, dann aus dem Kontext geschnitten und dann siehst du so, guck mal hier, 10 Sachen, die die Person... Und dann deswegen wissen wir, wie die heute ist. Ich halte davon nichts. Das ist, das ist, also, tja. Aber auch vor allem, dass das Verfahren einfach sieben Jahre dauert, ne? Was ist denn manchmal, also, da siehst du ja auch schon, dass ich, weiß ich nicht, so ein Staatsanwalt oder... Also irgendwas läuft doch da schief. Da hat sich auch jemand festgebissen. Also, ich weiß nicht. Also, wegen einer Aussage, der Witz ist gar nicht mal so schlecht. Ey, manchmal... Wir leben echt in einer Simulation, hat man das Gefühl, ne? Irgendein Volk oder... Darf man nicht sagen, oder? Ist Schwurbel, ne? ...gegen irgendeine Menschengruppe zu hetzen. Ich habe in Videos immer wieder gesagt, dass für mich jeder Mensch absolut gleich viel wert ist. Egal, welche Hautfarbe, Herkunft, Religion oder welche Sexualität du hast. Kein... Äh, ist der hier Universalist oder was? Das geht ja gar nicht. Nur zur Info, ich bin derselben Meinung. Also, ich finde, ähm... Ich finde, das geht bei... Dabei finde ich nicht mal um Meinung, ja? Ist mir scheißegal, ob jemand denkt, dass alle Menschen gleichwertig sind oder was... Das ist völlig egal. Weil du kannst das auch anders sehen. Und genau genommen, für einen persönlich stimmt das ja auch nicht, ja? Ich kann sagen, alle Menschen sind gleich viel wert. Das stimmt aber für mich nicht. Meine nächsten Verwandten sind für mich mehr wert. Das ist völlig logisch. Es geht dabei ja darum, dass man... Wenn es eben um den Rechtsstaat geht und wenn es um Rechten und Pflichten in einer Gesellschaft geht, dann sollten wir keine Unterschiede machen. Und wir sollten niemanden strukturell benachteiligen. Aber wie du persönlich das empfindest, das ist gar nicht die Frage. Das ist völlig egal. Deswegen, ähm... Ja, also grundsätzlich bin ich nämlich auch... Also wir sollten davon ausgehen, dass wir... Also das sollten wir als Prämisse aufschreiben. So Menschen sind erstmal alle gleich. Alle gleichwertig. Und vor dem Gesetz behandeln wir auch alle gleich. Das ist sozusagen die Startbedingung so. Aber das hat nichts mit deiner persönlichen Einschätzung damit zu tun. Also wäre ja noch schöner, wenn ich irgendwie, ähm... Menschen, die scheiße zu mir sind oder die, mit denen ich gar nichts zu tun habe, und dass ich denen einen größeren Wert beimesse als irgendwie meinen besten Freunden. Das ist natürlich Schwachsinn. ...mensch ist mehr wert als der andere, aber auch nicht weniger. Dass die Bubble diesen Straftat bestand, neun Jahre nach meiner Verurteilung, halt immer noch nutzt, um zu sagen, guck mal, KuchenTV ist richtig böse, denn vor neun Jahren, wo hat der hier mal einen Strafbefehl angenommen? Finde ich persönlich einfach lächerlich. Wie schon im Mepo-Video gesagt, verwässern solche Begriffe einfach. Das ist genau das Gleiche, dass heutzutage jeder rechts, rechtsradikal und ganz böse ist und jeder ist auch irgendwie Volksverhetzer. Ihr unterstützt damit einfach den Rechtsruck, der momentan stattfindet. Und ich weiß, dass ich sehr viele Fehler in meiner Karriere gemacht habe. Muss man da zwangsweise diese eine Verurteilung von vor neun Jahren wegen einem übertriebenen Witz nutzen, um gegen mich zu framen? Findet ihr wirklich nichts aus den letzten zwei Jahren? Das ist wirklich traurig. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, und genau auch bei dem letzten Take, den er hier bringt, gebe ich ihm absolut recht. Das ist eines der Probleme, die ich dabei sehe. Wenn solche Wörter, Gesetze, Urteile und so weiter genutzt werden, um jetzt einen, einen, ja, wie nennt man es überhaupt? Provokanten? Ich finde ihn nicht mal mehr so provokant. Ich finde das ziemlich harmlos, ehrlich gesagt, was er mittlerweile für Videos macht. Wenn man das ausnutzt, um das aber dann zu machen, dann hat dieser Begriff irgendwann einfach auch keinen Wert mehr. Wir können ja nicht, wir wissen ja nicht, wenn dann das heißt, Volksverhetzer, ja, dann, oder wegen Volksverhetzung verurteilt. So, ich weiß dann irgendwann nicht mehr, vor allem, wenn wir jetzt mal wirklich in den Bereich des Rechtsextremismus gehen, ja, wenn mir dann jemand sagt, ja, ja, aber der von der Partei XY, der wurde doch auch schon wegen Volksverhetzung verurteilt. Meine Erkenntnis aus dem jetzt ist ja, ach so, gut, weiß ich gar nicht. Weiß ich ja nicht, ob das, ob das wirklich jetzt seiner Ideologie entspricht, weil das wird ja anscheinend nicht zwangsweise geprüft, sondern es kann ja auch sein, dass das da irgendwie, dass das andere Gründe hat. Und das ist ja ein ganz, ganz schlechtes Signal, was hier gesendet wird. Also ich kann mich auf dieses, wenn man das so nutzt, also wenn diese Verurteilung mit diesem Wort dann eben rausgeht, dann hat das im schlimmsten Fall einfach keine Aussagekraft mehr. Bei KuchenTV würde ich sagen, ja, also kann man ja anders sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr gehört jetzt nicht zur Neonazi-Szene, aber vielleicht täusche ich mich auch. Keine Ahnung. Das Urteil, was er da 2015 oder 2016 kassiert hat, das hilft uns auf jeden Fall nicht weiter. So, das ist mein Statement hierzu. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.